Dieser schicke Ford Cougar Titanium mit EcoBoost Motor könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der EcoBoost Benzinmotor erfüllt die neueste Umweltnorm Euro 6T Temp und erhält damit grüne Plakette und günstige Steuern. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt. Das sieht schick aus und lässt sich so nach draußen. Sportliche Halufelgen unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze mit Liter Stoffpolster bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Cougar schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Neolampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehalten. Zum Radio gehört auch ein Bluetooth-Freisprecher und ein Navigationsgerät. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Cougar Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch auch keine Verlängerbahn. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wisman freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.